Kampelien heißt das hier. Kampelien. Hier wird vor schwarzen Hirschen gewarnt. Kampelien. Ja. Aber viel ist hier nicht los. Das sehen wir ja gleich. Bauernbüte. Weißfelder. Ein Bauer, der baut eine neue Halle, das sehe ich schon. Natürlich ohne Baugenehmigung. Braucht er ja nicht. Ein vorrechtliches Bauen nennt sich das. Kampelien. Da haben wir doch noch was. Ja. Ja. Und das Haus nehmen wir doch mit. Das sieht so ein bisschen baufälliger aus. Vielleicht ist das noch zu ab. Ne, das geht doch ganz gut. Oh, Jesus.